wir kommen auf jeden fall von hier aus gut in die räume noch rein aber erstmal kann ich mich hier am titan austoben und ja ich werde im augenblick kein titan ausgeben um die eine quest zu erfüllen also die hier oben sammelt rohstoffe wenn wir es schaffen 500 titan obsidian und drachenblut zusammen werden wir sicherlich reich belohnt ja ich weiß nicht ob das heißt dass wir das im inventar haben müssen oder ob wir es einfach nur finden müssen also ob wir insgesamt 500 sammeln müssen oder für 500 im vorrat im lager haben müssen deswegen sammle ich vorsichtshalber einfach mal dass das platin in ruhe drachenblut ist nicht schlecht obsidian brauchen wir auch für die quest das war gold was wir noch nicht brauchen mauer stein oh hi ihr zieht euch mal zurück das ist nämlich wieder eine mission für die armee die kriegt schon mal neue trinkfiguren spendiert aus eisen nicht aus titan und krieg jetzt hier unten was zum ordentlich drauf hauen ist hier schön viel drachenblut äh mauer stein also ja an mauer stein komme ich hier unten gut hier ist auch etwas drachenblut und titan noch da ist auch noch mehr mauer stein was sehr schön ist und ich kann die wacht fertig verkleiden so ja unsere unsere festung ist mal wieder fertig und ja ganz ehrlich bei dem zeug was hier unten ist glaube ich dass wir betten und so weiter mal da unten errichten sollten als eine kleinen grabausenposten so betten nicht die die auch nicht die können wir es nicht leisten also solche betten zwei stück und einen kleinen tomalin tisch während ich hier alles einreiße was irgendwie im weg steht drachenblut titan noch mehr obsidian und mauer ein paar stein da oben auch sehr viel obsidian schick also ich denke mal den soll für obsidian den kriegen wir bald zusammen da hier auch noch titan ist es sei nachher nur die frage wie komme ich an mehr drachenblut und ich sollte ich mal nach da unten befördern so und die diga weg machen hier ist noch eine ganz schön große obsidian ade ja das schwierigste wird drachenblut sein dann schnapp ich mal dich wieder und bring dich hoch zur armee weil dass sie fast schon so anhört als ob sie bald wieder was einreißen ja ich denke mal in die richtung kann ich noch buddeln und nach drachenblut suchen ansonsten muss ich hier ein bisschen wahrscheinlich strip minern aber gut ich bin schon mal auf obsidian gestoßen noch mehr es fehlt immer noch titan oh drachenblut das nehme ich gerne das meinte ich mit stripminern dass ich einfach mal willkürlich in irgendwelche richtungen grabe bis ich auf erzadern stoße wie es man wie man es ja eigentlich richtig als zwerg machen sollte wie man es zum beispiel auch in dwarf fortress macht und ja und um mal noch mehr drachenblut zu kommen kann ich ein bisschen kaufen weil hier ist eh genug platin zum ausbuddeln ja obsidian habe ich schon mal meine 500 so ich bin fast in den räumen da drüben und schwupps so findet man titan und noch mehr mauer stein und noch ein bisschen platin ja das war schon wieder hier an titan hier ist noch ein bisschen platin übrig so hier ist sonst nichts mehr steht mauerstein mit auf der liste titan obsidian drachenblut ja drachenblut ist das problem das heißt ich kann euch beide zu musketieren machen ohne dass wir das sorgen machen müsste und ich glaube dann gehe ich dann demnächst mal den blöden magian oh hier sind ja auch noch ein paar also hier ist auf jeden fall titan hier ist eisen was ich gern hätte und gold und da wir goldmangel haben was heißt mangel gold gebrauchen falsches falscher rohstoff so ja ihr kommt hier nicht mehr raus das habe ich vergessen zu bedenken also ja ihr habt eine autarke siedlung da unten brechen ändert aber nichts daran dass sie nicht rauskommt um dort drüben weiter zu buddeln ja die gebiete dann noch hätte ich gerne oder weiter unten nein eins höher bitte so da ist noch etwas eisen unter dir ist noch tourmalin so kaufen wir nochmal zehn drachenblut so da war leider kein titan mehr drin aber wir haben jetzt die 500 titan von denen ich nichts ausgeben werde ja 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 ja